Die Fußballmannschaft des Herzens ist. Das ist ganz schwierig. Also ich habe eins gelernt vom Tag Null weg bei uns. Sag nie, dass du für eine Mannschaft bist oder für einen Verein. Ich war allerdings beim Austria Rapid Abi kürzlich und es war wirklich cool, wo ich schon fast schwach geworden wäre. In welche Richtung sage ich natürlich jetzt nicht, aber die Austria hat gewonnen. Nein, österreichische Nationalmannschaft, oder? Geht immer, geht immer gut.